kannst du doch die bleib auf 1 ich denke auf 2 ja warte jetzt, ich denke Firefly hat gerade geschrieben dass auf 2 stattfinden wird na warte nun, ihr müsst euch schon entscheiden ne er schreibt das schon im Sideschat, also im Dings hier, im Sideschat auf halb 2, ach Firefly ey ne ne, ne ne, guck mal Firefly schreibt das schon hier, halb 2 ja was ist denn jetzt los hier hallo, kann mir mal jemand sagen was jetzt los ist wo denn nun, halb 1 oder halb 2 ey, ihr macht mich jetzt schon mal an, ne ja, aha ok, gut, dann bleib ich drauf guck auf halb 2 er macht halb 2 ja warte jetzt, glaub dem Atmen ja nix glaub dem Atmen warte jetzt, Josef, auf 2 gehen, ja dann ja, dann raub ich noch schnell den Tank aus also, so viel Zeit muss sein oh das geht noch halb 2 ok, halb 2 ich geh nur in halb 2 kann ja vielleicht, glaub du musst das mal als lieber Atmen, schreib das doch mal bitte als Atmen Nachricht das ist auch jeder live liest hier, ne ich krieg die Krise mit euch, ey, echt Rauchzeit ist auf halb 2 ja, wir sind grad halb 1 Connect und wir zurück auf halb 2 alles klar, gut Channel Switched na und ich sage, ich 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 ähm ich 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 ko- ähm ich sage oh scheiße, da kommen echt Polen ich sage, es geht nicht, ich muss ja äh ne geht grad nicht das geht nicht ich ich ne, Moment mal ich ich kann mir meine Hochzeitskleid nicht leisten, ich brauche dringend Geld, ich heirate gleich wenn der Josef mich so sieht ja 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 ne ich muss ich brauche Geld hm der Josef tritt mich in den Arsch, wenn der mich so sieht, der Polizist ja, das verstehe ich natürlich, die Dame, wenn sie damit doch ein Fummel auftritt, das geht natürlich ne, das geht gar nicht ne, jetzt habe ich den, den so, damit ihr aber ein paar mal die Dame ähm was ist das denn hier, Obelix was? nehmen wir einfach mal die Waffe schon mal runter, dann werden wir auch die Waffe schon mal runter, dann werden wir auch die Waffe schon mal die Waffe runter ach, ich brauche doch Geld für mein Hochzeitskleid ja, da hätten sie mich auch nicht fragen können na hab ich doch Moment mal ne, die haben sie noch in der Hand ne, ach so ähm sie verstehen das total falsch ne, komm sie mal kurz mit nach vorne komm sie mal kurz nach vorne da bleibt jemand andern nicht, dass die da den, äh, Hochzeitskleid bekommen, da vielleicht finden sie ja einen edlen Spender, der in Pamba oh ähm Schatzi ähm ich oh Gott ja ähm ähm ich ähm nur ein nettes Ploy, dass ich ihn hier mit dem Tankstead warten, aufkurs machst du mir nur Scheiße? ne machst du mir nur Scheiße? pack mal die Knaller weg pack die Knaller weg ähm jetzt sofort pack die Knaller weg net ach Mando ah jetzt hat er mich gehauen aua irgendwann hat er mich gehauen warte mal oioioioi er rutscht mir die Hand aus prep ich äh ich ich oh joh übrigens 蛇 krieg ich erstmal ein Future? Ich würde sagen, der Herr, nehmen Sie mal Ihre Frau mit und schätze mal, dass Sie in den Wetter, die schöne Frau, die können Sie da mal haben. Nee, nicht wieder in den Keller. Ja. Josef, sei lieb zu mir. Ab jetzt, komm, raus. Tschüss. Jetzt müssen wir den Draushauen gehen von uns. Jetzt müssen wir den Draushauen gehen von uns. Eine Arsch. Josef, du bist ein Spaß im Keller. Der steckt mich nicht in den Keller. Das weiß ich. Macht er nicht. Sollen wissen Sie sich in den Keller stecken? Nein. Sie sind alle herzlichst eingeladen zur Hochzeit. Ja, wir kommen gleich zur Party, oder? Ja, ich komme gleich zur Party. Dann lege ich die Uniform ab. Ja, Hommi doch. Ja, nein, ihr könnt auch jetzt zur Party kommen. Es gibt ganz viel, äh, alles zu essen, was Sie begehrt haben. Ich mag die andere in Briebe. Ich lade lieber auf der. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gleichfalls. Widerfolg. Widerfolg. Komm mit, ich hier. Und weiter, Flut. Machen Sie es gut. Hallo. Entschuldigung. Ähm... Warte mal, wie hast du mich denn jetzt schon wieder gefragt? Ja, was ist denn jetzt? Woher wusstest du denn, wo ich wieder bin? Ich hab Kontakte bei der Polizei. Ach so, okay. Ja, jetzt musst du mich aber nachher hier als der Garage fliegen, ne? Weil ich musste zu Hause. Ich hab gehört, das findet auf einer anderen Insel statt. Guck mal, der hat mich jetzt schon in den Griff, wa? Gibt's gar nicht. Der hat mich jetzt schon in den Griff. Alter, Mann. Gibt's gar nicht. Ähm... Kann das. Ja? Gibt's ja gar nicht. Kann das? Oh. Ha! So. Ich geh jetzt nach Hause, ja? Ich geh jetzt nach Hause. Ich geh immer nach Hause. Ja, gib mir noch bitte. Sieh schön an und dann kommst du ja. Ja, gib mir noch bitte. Gibt mir einen Knutcher. Was fällt dir eigentlich ein, Geld zu klauen? Hab ich doch gar nicht. Hab ich doch alles von ihm gekriegt. Hab ich nicht. Ich hab mich nur nicht mit dem da unterhalten. Das hab ich nicht gemacht. Dann kommt die Polizei. Alles gut. Ja, gib mir einen Knutcher. Na, kurz später. Nach dem Essen. Wie, nach dem Essen? Ja. Ich bin echt gerade klug. Ach so. Zystbärchen! Ciao. Joseph hat die Hosen an.